70,5 Kilo in der blauen Ecke, der Ex-Europameister Thomas Ulrich aus Deutschland, 77,0. Ihr Ringrichter aus Egenhausen, Deutschland, Ingo Barabas. Okay. Ringfrei, Räume 1. Bugs! Achtet auf die Künfte. Bugs! 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 Der kann dir nichts tun. 2, 3. Ja, die Brüder sind da ja. So, um mal. Die 3, 2, 3. Ja, guck die Hände auf! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kannst du auch nicht machen. Box! Deco Obrach, rom, stabil. Keine stabilen Deco, 1. Gerne stabilen Deco, 1, 2, 3. Igen! Ich bin der Körner für den Hände und für den Hände. Verschuldigung! Schrauben! Will ich die in Hände? Mann, Date! Kannst du nicht? Oh, ich schrauben! Merger! Müssen wir schon! Mach! Waren! Waren! Die Berede! Waren! Gehn! Waren! Waren! Das war's. Das war die zweite Runde, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch heute gibt es ein Programmhaft, Boxen im Ersten, wunderbaren Fotos, Storys, Kampfrekord, alles was Sie wissen müssen, außerdem das Programm hier im REBer World in den nächsten Monaten. Dieses Programmhaft ist zum Preise von 2,50 Euro an der Hauptkasse. Bleib lang, ich bin nicht von der Mitte! Hörst du, Thomas? Von der Mitte bleiben, bitte, Mann, Thomas. Der ist kein Box-Office, der ist kein Kämpfer wie ich bin. Raus! Bucks! Stopp! Hörholding, nicht halten, Thomas. Bucks! 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 Hörangen, Hörquel! Buck! Bucks schon rein! Mit mehr Fuß denn mit! Bucks! Bucks. Hörmelt nicht zurück! Bώνelt nicht zurück! Bucks, Aufgabe! Bucks, Bürger Und drei! Ja! Komm nochmal! Ich will dein Oberkampf nicht gleich stehen! Komm! 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 Komm nochmal?! Ja, komm nochmal! Auf die Ende! én Puh! Musik Bleist Neu Bleist ... ... ... ... Geht, geht, geht. Ja, komm mal, komm mal! Ja, noch mal! Ja, nochmal! Noch mal, Tobi, noch mal. Jetzt kommen Sie, jetzt kommen Sie! Ja, komm, noch mal! Und die Rechte. Ja, ja! Ja! Ja, schau auf, mach die Atmung. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Vielen Dank. Vierte, oder? Jetzt kommt vierte. Das ist kein Problem für dich. Glaub mir, Mann, ey. Mach schön deine linke gerade Dinger. Der hat doch keine Chance mehr. Du triffst doch, wie du willst, wenn du gerade buchst. Und die Mitte zulassen. Nicht schieben. Warum schiebst du den? Beim Schieben machst du dich auch wieder komplett aufwärts durch. Halt stabil die Deckung, bitte. Box! Zwei, drei, zwei, eins. Ich zieh mich noch mit der Hände. Oh! 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 Komm, fang du an, du mal. Fang du gerade die Hände. Lange die Hände. Fakt! Ich zieh dich noch mit der Hände. Oh! Oh! Komm, noch mal. Zwei, drei, zwei, eins. Komm, noch mal. Komm, zwei, ja, mehr, mehr. Wir haben dich gut gesehen. Ja. Komm, mehr. Ich schieb die Hände. Oh! Wie steht du mal. Komm, du kennst das. 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 황ismus Technik. Komm, du kennst das. Sie macht das. Komm, du kennst das. chewing, du kennst das, alle contaminatedste work. bien, du kennst das. Setz mich bei dir hin. Komm her! Komm, plopper! Nice, nice! Ja! Komm mal drauf! Komm mal, komm mal! Hoch die Linke! Hoch die Linke! Wollen wir es, Jumann? Komm, beweg dich! Ja! Ja, 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 ja. Ab rein! Achtung! Pass auf! Ein Bein! Sehr gut nochmal! Sehr gut! Sehr gut! Sehr gut! Jawoll! Mach mal! Zeit! Sehr gut! Jawoll! Sehr gut!